wo sind noch welche ist er schon ausgeschaltet geil ausgeschaltet da ist noch einer scheiße er hat uns bemerkt ist aber der einzigste nur noch ja von daher warten wir kurz mann am boden alles klar man am boden da liegt einer sind aber gleich zwei am boden gute nacht jetzt liegen aber schon zwei am boden insgesamt noch mal drei ausgeschaltet alles klar wo sind denn deine jungs ok super wieder drei ach die sind noch ein kinderspiel oh scheiße schnell weg hier mal sind ja immer so episch die raffen das dann irgendwie nicht mehr keine ahnung jetzt versuch es mal echt nur mit den dinge auszuschalten welchen dinge und dann mit den wurf teilen das geht aber nicht die werden nur bewusstlos die habe ich noch nicht so aufgerüstet dass die die gegner gleich eliminieren du hast doch den anderen hast du auch nur mit einem einen getötet doch die müssen dann wie die rennen zu schnappen Sie müssen getrennt sein, die Spacken. Okay. Verdammt. Mach halt einer bewusstlos und dann schnappt der andere. Ja, aber die müssen getrennt sein, wie schon gesagt. Weil sonst... Ist echt... Ist echt so... Bist echt gearscht, wenn... Ja, denn den. Stoppet den hier. Ja. Ich glaube, ich gleit tritt. Zack. Und... Ausschalten. Ja, jetzt sind es nur noch zwei. Oh, Alter. Jetzt haben die mich auch noch gesehen. Jetzt bin ich auch schon wieder weg. Ah. So schnell, wie ich da war, bin ich auch schon wieder weg. Jetzt komme ich von hinten. Der Tod kommt von oben. Jetzt schnappt ihr den. Wenn es geht. Ja, dann kannst du nicht da so... Dass er so runterhängt. Nee, das kann ich nur noch. Ach, schade. Fand ich mal so geil. Geh, das war geil. Da war es nur noch einer. Oh, fuck. Oh ja. Mann, das war knapp. Da taucht denn der plötzlich auf, ey. Oh, scheiße. Ja, okay, wenn es nur einer ist. Oh, das hat uns aber Leben gezogen, ey. Leck mir am Arsch. Aber richtig viel. Aber jetzt... Jetzt dürfte es eigentlich wieder... Ja. Na, so lala. Ja, das geht schon. So, wo müssen wir jetzt... Jetzt sind wir ja da runter. Ach so. Scheiße, was? War schon richtig? Ja, ja, ich weiß, aber ich muss da ja gleiten oder sowas. Ne, schon leiter. Ach so. Können wir das so hoch? Oder so hoch? So, so. Wenn haben sie denn da gelassen? Joker muss herausgefunden haben, wie ich Gordon aufspüren konnte. Officer Bowles Spur endet hier. Gute Nacht. Gordon. Verräter. Officer Bowles hier. Tödliches Ende. Dead End. So. Es geht weiter. Ne, geht nicht weiter. Oder? Geht noch hin? Hallo? Ja. Ja, kann ich auch. Ja, ich bin es. Edward Nygma. Der Riddler. Und viel wichtiger, dir intellektuell überlegen. Mein Genie hat es mir erlaubt, mich ganz einfach in deine primitive Kommunikation zu hacken. Mein Ziel ist simpel. Du erfüllst eine Anzahl von amüsierend kniffligen Herausforderungen und, naja, du wirst sehen. Bereit für die erste? Gut, aber sei vorsichtig, schneid dich nicht an diesem scharf aufgenommenen Porträt. Ich sagte, schneid dich nicht an diesem scharf geschossenen Porträt. Du hast es also geschafft. Gut gemacht. Ich hätte erwartet, dass ein Kind das lösen kann. Vom größten Detektiv der Welt mal abgesehen. Gell, so ne Scheiß. Boah, das sind die ganzen. Abgeschloss die 4 von 240. Ich habe rund um Arkham eine umwerfende Auswahl an Herausforderungen und... Ne, nix Match-Einladung. Kannst du sie alle lösen? Echt, du hast Match-Einladung? Naja. Batman, ich bin hier drüben. Ich habe gesehen, wie du das Zimmer geräumt hast. Ach gut, dass du nicht mal hilfst oder so ein Scheiß, ne? Es war ein Massaker. Bowles kam rein und sagte allen, sie sollen den Vordereingang sichern. Er sprach davon, dass Jokers Armee durch das Haupttor kommen würde. Zwei meiner Männer gingen zum Ausgang und Frank hat sie erschossen. Sie hatten keine Chance. War Bowles allein? Ich dachte ja, aber dann sah ich Harley Quinn. Sie war umgeben von Blackgate-Gefangenen. Sie haben jeden im Raum getötet. Ich hatte keine Wahl. Ich bin da rein, habe die Tür verschlossen. Ich konnte auf dem Sicherheitsmonitor sehen, dass sie jemanden bei sich hatten. Es war wohl der Commissioner. Bowles ist tot. Sie haben ohne ihn weitergemacht. Er hatte wohl seinen Nutzen verloren. Gut, er war Abschaum. Er hat es verdient. Ohne Scheiß. Ja, du bleibst schon mal hier. Du bist doch so eine Memme hier. Du hast dich versteckt. Na, ohne Scheiß. So, komm mal jetzt hin. Man wollte seinen Kollegen nicht helfen. Geht's noch tiefer in den Abgrund. Na, ohne Scheiß. Ich bin ein Mädchen. Ich bin ein Mädchen. Spaß, nein. Ich bin ein Mann. Sie. Ah, ne. Unkleidekabinen. Unkleidekabinen sind es. Wir erhalten Berichte über eine bewaffnete Belagerung auf Arkham Island. Echt? Vor zwei Minuten hat Joker allen Sendern diese furchteinflösende Nachricht gesehen. Ui. Welche Nachricht? Dass er jetzt der neue Leiter von Arkham Asylum ist. Von der Irreanstalt. Aber wen interessiert das wohl? Ganz. Arkham City. Oder Gotham City. Hm. Ja, es geht raus. An die frische Luft. So muss es sein. Ja. Ich bin frei. Oder auch nicht. Kein Himmel. Aber da. Uh. Schwarze Wolken. Der drömische Arkham City. Mhm. Gotham. Ja, ist Gotham. Ah, die volle Pracht. Von Arkham Asylum. La la la. Omen. Was er jetzt nicht geschafft ist zu verhindern, dass wir rauskommen. Der Joker. Hallo? Batman, du bist rausgekommen. Was passiert da hinten? Wir wurden hierher geschickt und dann gingen die Funkgeräte nicht mehr. Sie spielen immer wieder dieses verdammte Lied. Joker hat die Kontrolle über die Insel. Er hat euch hierher geschickt. Wie ist er rausgekommen? Ich meine, du bist hier und... Ein Wächter der Anstalt von Arkham namens Frank Bowles hat euch alle betrogen. Er hat Joker bei der Flucht geholfen und wurde von ihm getötet, als er ihn nicht mehr brauchte. Das nennt ich Loyalität. Brauchst du Hilfe? Nein, du und deine Männer sind hier sicherer. Falls ich was brauche, finde ich euch. Das ist dir die Frage. Tanische Gärten, äh... Ah, okay. Da geht's hin. Irgendwie bin ich ganz richtig so. Jojo, ich weiß in Ordnung. Geh ich schon hin. Vertraue mir, vertraue mir, vertraue mir, ja. Denke ich mal. Tür verschlossen, scheiße. Brauchst du mir doch nicht mehr vertrauen. Naja. Habe ich auch nie getan. Alles klar. Dann müssen wir halt da oben hin. Ne, wir müssen entweder in dieses Gebäude und das andere Hauptgebäude. Mal erreicht es. Weil die Türen blinken. Die Eingänge. Wir müssen in beide Gebäude. Batmobile, Sinsorenalarm. Oracle, setze das Batmobile Abwehrmaßnahmensystem außer Kraft. Ich hab den Alarm gesehen. Was ist los? Wo bist du? Ich bin außerhalb der Arkham Villa. Wahrscheinlich hat Harley Quinn den Alarm ausgelöst. Wenn sie Gordon noch bei sich hat, könnte er verletzt werden. Okay. Das Batmobile ist immer noch außerhalb des Intensivbehandlungsgebäudes in Nordarkham geparkt. Ich hab dir einen Plan der Insel geschickt. Wichtige Orte wie den Standplatz deines Autos hab ich markiert. Danke, Herr Rauhrecker. Jetzt durch. Was sind wir richtig? Auf geht's, mach auf. Geh zu meinem Auto. Und auf geht's zum Batmobile. Ambulanz. Okay, das sind sie wieder bewaffnet. Aua. Sag ich doch. Mit Folter, da stehen welche. Alter. Dann werden sie eben ausgeschnipst, ausgeschnipst. Ausgeschaltet. Und warum liegt da schon einer tot? Weil er schon von den Wachen getötet wurde. Ist das krass. Ey, cool, dann haben wir jetzt gleich wieder ein neues Update machen. Juhu. Sag mal, ein neues Leben, mehr Leben. Da sind sie. Lasst mein Auto in Ruhe. Was soll das? Finger weg. Ja, dreht. Ja, drecksäge. Babum. Bäm, alle mit den Schlagwaffen hier eliminieren. die Nieren der Fernsehverschläger ja auch von irgendwelchen Stangen so schnell geht es noch gar nicht so hoch so macht man davon wenn ihr mein Versuch von Auto zu zerstören vielleicht brauche ich es aber ganz sicher exklusiv G ja wie geil jetzt haben wir auf geht's können uns endlich durch die Wände sprengen was weiß ich was nur alles so was machen wir jetzt wie ich sagen dass Jungen was ungehärtes Ausschalten Bettman Gegner unter Wasser speilern Gegner unter Wasser speilern zu packen und gefesselt hängen zu lassen ist geil ja stimmt doch ja das ne machen wir das das passt schon und dann kommt dann das hier Panzer Upgrade V1 haben wir mehr Gesundheit okay da könnte ich einen Hinweis finden wohin sie kommen okay ja lassen wir schon ausreden Detektiv Modus das ist Gordons Pfeife Barbara hat sie ihm gegeben er würde sie niemals zurücklassen er hat sich verloren oder fallen lassen oh ne Scheiß er hat mir eine Spur hinterlassen der ich folgen kann okay er ist ein schlauer Hund ohne Scheiß hier Nikotin Tabak 88% Nikotin 131% Spur 26 er lebt Barbara Barbara die Sicherheitstüren sind verschlossen ich muss einen anderen Weg finden so Barbara erlebt mit dem Explosivgel kann ich einen Weg freisprechen genau dann probieren wir es gleich mal aus ob es funktioniert so machen wir unsere Zeichen und kaboom können wir natürlich so ganz nah dran stehen ist egal keine Splitter und sowas das fliegen wir uns ins Auge das ist egal wir sind der Mann aus Stahl ich bin Lohrn wem wird langweilig also mir wird noch lang nicht langweilig ich mir auch nicht Schokerchen Leute wo seid ihr er macht nur da Hämmern er zu laut rum guten Tag was macht denn hier da ja alles klar Batman um Gottes Willen oh mein Gott oh ja ja was ist das stimmt da alles sah ganz so geil aus ich lege das so lässt er plötzlich den Hammer fallen gut so oh du bist der Batman ist da oh mein Gott er hätte ja den Waffen haben als Waffe benutzen können naja aber nein der war zu doof so ah hier geht es weiter da geht es runter wie weit geht die Spur denn noch verstorben Leute Leute oh was sieht man denn da hinten ist da Versammlung wollen wir da gleich mal mitmischen hier ach da sag und immer hier guten Tag ah ja warte mal warte mal was sind die Better Ranks hallo ich will das mal ohnmächtig machen er kommt doch her doch her ja dann komm her dann schlag mich doch zusammen hallo ach dann mach ich halt wieder den ersten Schritt ne aua oh ganz schön harter Schlag ne ne es geht so hier wird gekontert aber danke für die Nachfrage ein Mix aus Viereck und Dreieck zum Kontern kbeng alter ich hab's so vermisst er hat zwei auf einmal uah bam so aua du kriegst auf die Fresse auf die 12 und jetzt liegt und es gab saftig Experience und hier extra Experience Mordor der Balken hat sich schon voll schnell weiter bewegt Mordor Hallihallo da 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 ah hey verschwinde Batman das ist meine Ich-Zeit wo ist Gordon? würdest du's nicht gern wissen? ich bin hier drüben heils Maul au du dumme Kuh haule ah was macht er hier? es ist zu früh tut mir leid Süßer sei nicht sauer auf mich oh du kleines Luder ich kann nie böse auf dich sein tut mir leid Batman du musst einen anderen Weg finden ciao den werden wir finden ich komme nicht durch das Sicherheitstor ich muss einen anderen Weg finden ok alles klar dann gucken wir mal da oben da gibt es doch bestimmt einen Eingang weh wird da hochkommen machen wir mal extra hier was Tabak Tabak Chibuki was nix soo da haben wir schon mal ne Fragezeichen eine Riddler Trophäe keine Ahnung was es bringt ah 200 Experience haben wir geil cool aber schon 800 so muss das sein Morsche Eingang nochmal gewesen Detektivmodus so jetzt werde ich krank super toll ah was haben wir hier einen Eingang strukturelle Schwäche so wo man das Geh das haben wir hier sprengen wir hier mal die Wand weg äh ok man muss doppelt nicht verschwenden schönen Zeitlupe Pam da haut es denn doch in der größeren Stellen musst du es mehrmals machen kann man mehrmals man kann schon bis zu drei an drei Stellen äh gleichzeitig das Geh ersetzen dann kann ich schaubt wenn wir zwischen Sprengalde das ist geil und schon sind wir drinnen Mio wie kommt ich hier rein egal doch weil es gefreutete schon gebrauchen xp ich wüsste wie wir reinkommen n ne keine Ahnung egal egal die Punkte die kriegen wir noch so zusammen im Laufe du spielst durch die ganzen Kämpfe und auch so halten wir schneller natürlich halt ich egal des macht gar nichts so schnell hier durch überall so am wir hier nichts ding ding ding